Nach der erfolgreichen Suche nach der achtjährigen Julia im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien herrscht große Erleichterung. Das Mädchen hatte zwei Nächte lang bei kalten Temperaturen in dem riesigen Waldgebiet ausgeharrt, ehe es am Dienstagnachmittag von einem Förster auf tschechischem Gebiet entdeckt wurde. Es ist an sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass in Tschechien ein Mädchen im Wald gefunden worden ist. So wie es sich derzeit darstellt und wie es uns aus Tschechien übermittelt worden ist, handelt es sich um die gesuchte Julia, die zum Zeitpunkt des Auffindens ansprechbar gewesen sein soll und die stark unterkühlt sein soll. Es ist natürlich dann die Rettungskette in Gang gesetzt worden, man hat recht schnell Rettungskräfte herangebracht und jetzt sozusagen in diesen Minuten laufen diese Rettungsmaßnahmen. Unsere Kollegen sind natürlich jetzt auch in den Raum unterwegs, da laufen jetzt viele Abstimmungen natürlich. Wir wollen natürlich die Hintergründe in Erfahrung bringen, aber wir haben den Angehörigen schon mal diese erste Information, so wie wir sie jetzt auch ihnen geben, übermitteln können und warten jetzt dann sozusagen auf die finale Bestätigung. Als der Förster das Kind entdeckt habe, habe er es sich völlig erschöpft in einem Gebüsch befunden und nicht auf sich aufmerksam gemacht, teilen die Einsatzkräfte mit. Nach ersten Vermutungen wird davon ausgegangen, dass die Achtjährige immer wieder in Bewegung war und dabei mehrere Kilometer zu Fuß im Wald zurückgelegt hat. Das Mädchen aus der deutschen Hauptstadt Berlin war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet verschwunden. Die Eltern hatten das Mädchen, ihren sechsjährigen Bruder und einen neunjährigen Cousin aus den Augen verloren und die Rettungskräfte gerufen. Diese fanden zunächst nur den Bruder und den Cousin. Die drei Kinder hatten in dem weitläufigen Gebiet gespielt und waren dabei verloren gegangen. An der knapp zweitägigen Suche nach Julia beteiligten sich rund 1400 Rettungskräfte aus Bayern und Tschechien.